Das Steinviertel da über mir, das ist am Anfang ein bisschen geschissen, weil du nicht was los treten kannst. Also gut war es, wenn du entweder der Erste bist oder so wie ich der Letzte. Nach mir ist eigentlich auch gedacht, da sind unten Leute, aber ist anscheinend keiner. Das Steinviertel da über mir ist, wenn du mit der Erste bist, wenn du mit der Erste bist, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt nochmal der letzte Anstieg, also eigentlich die erste Seitlänge, wo man ein Dreier rauf geht. Das ist nochmal ein bisschen ausgesetzt und sonst ist das eigentlich nicht so schlimm. Das ist ja noch ein bisschen ausgesetzt. 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 Das ist ja noch ein bisschen ausgesetzt.